Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem YouTube-IT-Kanal. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. In diesem Video will ich euch mal dieses Notebook zeigen. Das ist von Medion, das hat ein Problem und zwar man steckt hier den Stecker rein, dann geht das Notebook an, hier leuchtet die LED hier unten, der Lüfter dreht sich und der Bildschirm bleibt schwarz. Das macht es aber nur ab und zu. Das hier ist das originale Netzteil, was mit dem Notebook mitgeliefert wurde. Das steckt in der Steckdose und da stecke ich den Stecker mal in das Notebook rein und jetzt geht das Notebook direkt auch schon an. Das ist unnormal, hier oben leuchtet das Licht, hier unten auch und das Notebook startet erstmal. Da ist jetzt keine Festplatte drin, aber es geht an. Das Problem bei diesem Gerät ist, dass es in der Vergangenheit ganz normal funktioniert hat. Man hat hier den Stecker rein gesteckt, das Notebook eingeschaltet, das Notebook ist dann hochgefahren und hat auch normal funktioniert, auch keine Fehler angezeigt oder so und dieses Problem, dass es nicht anging oder dass es anging und nicht gebootet hat, der Bildschirm blieb komplett schwarz und alle LEDs leuchteten, das kam über Nacht. Normal ist bei einem Notebook ja, es ist ausgeschaltet, man steckt das Netzteil rein, dann lädt er den Akku, aber geht nicht von selbst an, dann drückt man den Knopf, dann fährt es hoch, dann kann man es wieder runterfahren und ausschalten. Das war hier auf einmal nicht mehr so. Da war es so, man hat den Stecker von dem Netzteil rein gesteckt und es ging von selbst schon mal an. Den Akku, den habe ich schon rausgenommen, der scheidet also als Fehlerursache aus. Das ganz Problem tritt auch eben ohne Akku auf. Hier ist auch keine Festplatte mehr drin, also die scheidet als Fehlerquelle auch aus. Ich schalte das Notebook mal über den Schalter wieder aus und wie man sieht, bleibt es jetzt aus. Das war gestern, bevor ich das Video jetzt hier gemacht habe, nicht der Fall. Da ging es auch direkt gleich wieder an. Ich ziehe mal hier den Stecker raus von dem Netzteil und stecke den wieder rein und hier leuchtet direkt wieder das Licht und es geht von selbst an, ohne dass man den Schalter betätigt. Also da hat es schon irgendeinen Defekt. Es kann natürlich immer sein, dass es ein Problem gibt mit dem Netzteil und da kann man das hier mal durchmessen. Das Netzteil hat aber 19,59 Volt. Das ist also okay, steht auch auf dem Netzteil so drauf. Das Netzteil ist nicht kaputt. Das Notebook ist aus und ich stecke noch mal den Stecker rein und jetzt geht es nicht von selbst an. Also das Notebook reagiert immer verschieden. Man kann gar nicht vorhersagen, was da als nächstes passiert. Geht es an, geht es nicht an? Wird der Bildschirm schwarz oder will er booten? Also da ist irgendein Defekt vorhanden. Das ausgeschaltete Notebook kann ich über den Taster jetzt einschalten und der Taster reagiert auch jetzt und es bleibt auch an und versucht zu booten. Also jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Die ganzen letzten Tage war es so gewesen, da ist es gar nicht angegangen. Der Bildschirm, der blieb schwarz. Hier oben leuchtete das Licht blau, hier unten und der Lüfter auf der Unterseite, der hat sich gedreht. Hier auf der Unterseite, ich habe die Klappe mal abgemacht, sieht man die RAM-Module, dann hier den Prozessor und die Grafikkarte. Hier ist der Lüfter. Der Lüfter, der dreht sich direkt und das solltet ihr bei eurem Gerät, wenn sie es nicht einschalten lässt, auch mal überprüfen. Müsst ihr wahrscheinlich hier die Klappe abmachen, teilweise hört man die gar nicht, das sieht man nur. Fazit ist, bei diesem Notebook ist das Mainboard-Defekt. Das kann man ganz schlecht reparieren, das kann man höchstens austauschen. Wenn ihr ein Notebook habt und schaltet das ein und alles bleibt schwarz, der Lüfter dreht sich unten und LEDs leuchten, dann deutet es meistens auf so einen Mainboard-Schaden hin. Das kennt man auch von normalen PCs, da ist das auch so. Da ist das Mainboard-Defekt, der lässt sich noch einschalten dann auf die ein oder andere Weise. Entweder, dass man hier den Stecker direkt reinsteckt oder nochmal den Knopf drückt, das ist da ganz egal. Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, der Lüfter dreht sich und es reagiert nicht, dann hat es einen Mainboard-Defekt. In einem anderen Video auf meinem Kanal, da blende ich die Infokarte mal hier oben ein, da seht ihr ein anderes Medion-Notebook, das hat auch ein Mainboard-Defekt. Das lässt sich einschalten, da wird aber nur noch das Logo angezeigt und das war es dann, dann friert es dann ein. Wenn ihr eins von beiden Problemen habt, dann könnt ihr das Notebook wahrscheinlich entsorgen, ihr könnt es natürlich auch versuchen zu reparieren, aber Mainboards austauschen ist relativ teuer und relativ schwer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch ein bisschen geholfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die einfach unten in die YouTube-Kommentare, da antworte ich gerne drauf. Ansonsten besucht doch mal die Seite tooltime.de, da findet ihr noch den Artikel zu dem Video und noch ein paar andere Tipps und Tricks. Klickt dazu einfach unten auf die Videobeschreibung auf mehr Anzeigen, die klappt dann auf und da findet ihr den Link zu dieser Seite tooltime.de. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem Kanal, da seht ihr dann, wie man andere Notebooks auseinanderbaut und repariert, da seht ihr dann, wie man Drucker in Stand setzt oder Druckköpfe reinigt, wie man Windows 10 installiert oder Festplatten klont. Schaut euch einfach mal um, da sind bestimmt auch jede Menge Videos für euch dabei und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert.